Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2838. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das war ein tolles Training. Ich werde es morgen wiederholen. Das war ein tolles Training. Ich werde es morgen wiederholen. Die Läufer starten zum Marathon. 20.000 Menschen haben sich dafür registriert. Die Läufer starten zum Marathon. 20.000 Menschen haben sich dafür registriert. Die Läufer starten zum Marathon. 20.000 Menschen haben sich dafür registriert. Das Wasser ist sehr klar. Sogar Fische sind zu sehen. Das Wasser ist sehr klar. Sogar Fische sind zu sehen. Alina sitzt auf der Brücke, liest ein Buch und hat einen Kaffee neben sich stehen. Letztes Jahr war ich im Urlaub in Afrika. Nach dem Trocknen hänge ich die Kleidung auf einen Kleiderbügel. Nach dem Trocknen hänge ich die Kleidung auf einen Kleiderbügel. Drei Mäuse teilen sich ein Stück Käse. Drei Mäuse teilen sich ein Stück Käse. Die Fabrik wurde schon vor Jahren verlassen. Nur der Schornstein erinnert noch an sie. Die Fabrik wurde schon vor Jahren verlassen. Nur der Schornstein erinnert noch an sie. Das hört sich interessant an. Das hört sich interessant an. Ich denke darüber nach. Der Mond umkreist die Erde und braucht für einen Umlauf etwa vier Wochen. Steht der Mond der Sonne gegenüber, so wird er voll von ihr beleuchtet und wir sehen einen Vollmond. Der Mond umkreist die Erde und braucht für einen Umlauf etwa vier Wochen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Gestern habe ich meine dritte Apotheke eröffnet. Bald werden es noch mehr sein. Das Softwareproblem ist größer als ich dachte und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Das Softwareproblem ist größer als ich dachte und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Du hast in deiner Ausbildung bei mir viel gelernt. Deshalb hast du auch meine kulinarische Zustimmung für dieses Gericht. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Jeden Tag hat einer von uns Nachtdienst. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Die Operation war ein Erfolg. Mein Team hat gute Arbeit geleistet. Mein Team hat gute Arbeit geleistet. Ich glaube, das schaffe ich besser als meine Kollegin. Ich glaube, das schaffe ich besser als meine Kollegin. Ich glaube, das schaffe ich besser als meine Kollegin. Was bedeutet der rote Kranz an dieser Tür? Was bedeutet der rote Kranz an dieser Tür? Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Das Sparschwein soll dir helfen, nicht immer sofort alles Geld auf einmal auszugeben. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Gibt es das Kleid auch in lila? Ich würde es gerne anprobieren und sehen, wie es mir steht. Gibt es das Kleid auch in lila? Ich würde es gerne anprobieren und sehen, wie es mir steht. Gibt es das Kleid auch in lila? Gibt es das Kleid auch in lila? Ich würde es gerne anprobieren und sehen, wie es mir steht. Du brauchst nichts zu sagen. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Du brauchst nichts zu sagen. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Wir sehen uns auch in der nächsten Minute. Vielen Dank.